Und damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Ich bin euer Firobo und ich bin jetzt gerade eben auf die andere Basis geflogen und hab da mal eben das Ding gemacht, so sorry, hier war einfach alles so aufgestellt und ich muss einfach nur einfach hier so zack 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 wegfallen, 35 Stück, das war also wesentlich einfacher als da hinten. Aber der Flug einfach mal von hinten, der Helikopter anstatt einfach so von hier nach hier zu fliegen, nein, der fliegt dann erst wirklich hier die Brücken so lange, dass das, ja gut, wo ich hier unter die Brücke runtergeflogen war schon so ein bisschen cool hatte, was da einen coolen Riesfaktor gab, aber naja, ansonsten war es nicht so besonders. Ja, und wie gesagt, die Endrunds-Sonne habe ich immer noch nicht geschafft, also ich kippe mich hin, keine Ahnung, da fehlen mir immer zwei, das ist nicht, wo die sind, daher, keine Ahnung. So, Flagge, also geil, das ist cool. So, dann bestell ich mir mal eben Helikopter, dann machen wir nämlich einfach mal die nächste Mission, würde ich sagen. Wo bleibst du, mein Helikopter? Denkst du, als wäre der da, jetzt fliegt, als würde der wegfliegen? Kein komisch. Und da ist er ja, endlich mein Helikopter. Ja, komm doch runter, ich entschränke. Wenn du Lande klappen musst, das möchte ich auch nicht. Meinst du, weil ich bin so fett, dass ich den Helikopter runterziehe, oder was? Und so sieht die andere Basis halt aus. Jetzt haben wir, ich habe damit genauso viel gesehen wie ich, weil entweder ist wirklich nichts anderes. Ich habe die Gehen gefahren. Extraction arrived at Mother Base. Ja, da seht ihr, da habe ich 30.000 bekommen, wegen der, ja, wegen meinen anderen Dingen. Jetzt blicken wir an meiner Mother Base, so, habe ich vielleicht irgendwas, kann ich vielleicht noch was bauen. Ja, wir könnten, ja, wir könnten wirklich noch was bauen. Machen wir doch, denke ich mir auch, oder? Ja, machen wir das auch noch direkt. Hm, ja, aktuell haben wir genug. Das passt auch, das passt auch, ja. Passt. Zack. Eine Stunde acht, vielleicht, das ist auch noch Spielzeit, ne, das ist krass. Nebenmissionen. So, die haben wir ja schon, die könnten wir ja immer machen. Ja, hier das City Boom, aber nicht abgeschlossen. Kann ich noch mal ein bisschen Geld farm, aber auch gut, die wir auf die Missionsliste. Dann machen wir halt diese Mission hier. Mission annehmen. Und los geht's. So, außer es haben wir ja keine neue, daher können wir halt mal loslegen. Und los geht's. Episode 6. Wo schlafen die Bienen? Oh, treffen wir so einen Bienentypen, oder was? Boss, locate and bring back the U.S. military's new weapon, codenamed Honeybee. The CIA put it in the hands of the Hamid group of Ujardim. But the Hamid fighters were wiped out. The Honeybee must still be hidden at their base. The fort at Dismasillaman. Unfortunately, the Soviets are looking for the weapon as well. You have to get to it before they go. Oh, bring it back here. There's a photo of the target on your eye-droid. One more thing. Apparently, one of the Hamid fighters survived. He's missing. But if you can find him, he might lead us to the target. Good luck, Boss. Alles klar. Wir werden jetzt mal ein gutes Stück jetzt, äh... reiten. So, wir müssen da hin. Was ist das denn? Die haben einen Kampfhubschrauber, really? Okay, müssen jetzt echt hier so lang reiten. So, wir müssen da hin. Ich bin nach Stimme stehen gegangen. Wolltest wohl ein Landerritz. Pferdanimation ist so wunderschön. Na, wo ist mein Außenposten? Nice. Ja, wir wollen nicht schwimmen. Wollen wir jetzt mal meinen ganzen Scheiß eigentlich verschwenden, bevor ich überhaupt in der Basis bin. So, der hat auch relativ viel gehen. Warte, jetzt ist... Da mach ich zu. So, der... So, der ist so dunkel. Okay, das ist der andere Typ, glaube ich, ist da. Okay, Sandsturm, nice. Wie krieg ich den jetzt da runter? So. Jetzt stark gleich da runter, komm. Ach man, der pennt ja wirklich jetzt ein, oder was? Alter, schuldig, man sieht ja echt gar nichts mehr. Nice. Nee, ich kann mal eine normale raufeln. Ach man, ey, das ist nervig. So, den, danke. Kann ich hier noch werfen, oder so. Ach, oder so. Zack. Hm, wird's noch besser, vielleicht jetzt. Ist ja wirklich schnummt, sowas, Mann, ne? 100 Prozent. Ach, fuck. Ach man, Alter. Die geht mir so auf den Sack mit ihrem Waffenwechsel. Ist das alles auf dieselbe Tester legen müssen? Das ist so bescheuert. Zack. Zack. Ja. He's coming too. Roger that. Leut. Alles klar, ey. Was war das denn für ein Effekt? Leut. Ja. Es hat sich jetzt auch sogar was gebracht. Och du Scheiße, wir haben noch richtig gute Stücke vor uns noch. Die haben einen fucking Countryschrub einfach mal. Rumfliegen, ey. Ich weiß nicht, ob ich nicht mal eben so ausschalten kann. Ich weiß nicht, ob ich nicht so ausschalten kann. Ich weiß nicht, ob ich nicht fliegen kann. Oh Gott, oh Gott. So, Pferdchen, was machst du so einfach? Okay. Dann haben wir noch eine Kassette für uns. Also. Und der MC-Rang, die könnten wir uns vielleicht nach vorne. Und der MC-Rang. Und der MC-Rang. Okay. Und der MC-Rang. Okay. Und der MC-Rang ist der MC-Rang ist. 4-5-0-2-0-2-0-3-0-2-0-2-0-5-0-3-0. Und der MC-Rang ist relativ gut. Aber ich weiß nicht, ob wir da ein paar Chancen haben. Es ist relativ gut. zack mein Pflänzchen oh man ich glaube das stimmt hier die alle aber da tue ich da irgendwie so und irgendwie Bewegung scheinbar nicht gut ich bin eigentlich hier oben dann einfach nicht durch bei uns auch scheiße dann komm ich hier runter ich probier's einfach mal lalalalalala lalalalalala das stimmt hier hinten war ja noch die Kassette die ich eigentlich haben wollte packen wir uns schon nochmal zurück das war echt nicht es ist echt ziemlich dunkel warte mal eben ok ich kann einfach nichts machen Optionen ne Spieloption ne blödschirmhelligkeit blödschirmhelligkeit machen wir so ok anwenden so vielleicht ist das auch für euch besser aber ich konnte das gerade gar nichts erkennen ne ok jetzt ist es schon wesentlich besser ok genau das da könnten ich jetzt hier die 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 la warte sicherlich sie bitte wieder regenerieren womit schießen die denn schießt denn da auf mich brauche ich mich hier ist aber nur ein Scharfschutze da wo ist er sie sie so so ok sagt mich scharfschutze nicht mehr im hiesb schießt hier schießt hier 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 schießt hier hier Ich habe ihn auf den Weg gebracht. 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 Wow, eine anstrengende Mission gerade. Sehr, sehr anstrengend. Danke. Oh. Ich habe schon wieder einen Schauschuss. Oh, jetzt ist er. Zack. Der Schauspieler hat den Aufwand. Der Schauspieler hat ihn. Das war sehr anstrengend. Das ist ja mega anstrengend. Jetzt haben wir jetzt ein Kampfer. Ich denke ich kann, kann. Dann muss ich noch das ganze Stück hier rüberfahren. Erstmal von Photoshop. Schock. So klasse aber nichts ist. Aber zack, 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 vielleicht hinten noch was. Oh Mann. Jetzt haben wir mal den Posten. Schüttel uns das, kann man sagen. Oh Mann. Oh Mann. Extraction arrived at another base. Raussteuerung kommt. Alter Schöne, wir sind fast schon nicht schnell. Allerdings schaff trotzdem die Kurve nicht. Was sind dann mit direkten Zicken. wird er nr. Wir haben hier messen. Word chat, wenn dann in der Grid ... Oh Mann! Kommen Sie, ich schaffst an! Die números rapier sind. Alleる cours bellot know. So viele be罰. ich weiß wieder was für meine waffe jetzt ist das cool, aber nicht, schade so, hier kann ich noch was, ah hier haben wir noch ein bisschen Metalle, die nehmen wir doch gerne mit hier ist mein Auto hier ist mein Auto nee, ich werde nur ansteigen das sieht auch schon mal gut aus wieder dieser Geschwindigkeitsrausch wow das sieht auch schon ganz gut aus, dass es in unseren Trialien geht hier ist schon wieder was die haben schon schon erwartet die haben schon schon erwartet ok, die waren so uninteressant für mich und die Kaffee-Storme ist ich muss noch das ganze Stück hier oben kommen mal kann ich ihn vielleicht ausschalten das würde mich jetzt mal interessieren Kaffee-Stormen Karl-Jaap-Stormen Gettbewerb Kaffee-Stormen Kaffee-Stormen das ist ja nicht gesehen ich glaube ich muss das auch tun Was ist das? Oh, nicht. Kommt das schon mal. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nice, richtig dicker Sonnsturm Sichtweite 5 Meter Und von Grenzen noch gekommen, Nice Ich bin jetzt noch so mega offen gelände Ist das wirklich ernsthaft, ganz schön am Laufen Brauchen wir Da ist schon wieder ein Lager Analyse complete Analyse complete Analyse complete Analyse complete Analyse complete Analyse complete Schaffen weil er sieht mich nicht Aber er ist schon weiter zu fliegen Ja gut Ich muss schon ein bisschen Sorgen lötschen Das ist eine Analyse Das ist ein bisschen denn hier? Wo ist das hier denn? Ich bin aber schon noch interessant ist sicher. Hm, noch Ressourcen werden immer bis abgeburt. Scheine richtig zu sein, oder? Ja, ich scheine richtig zu sein. Der Kampfhiel sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Nice. Ich hab's einfach mal. Oh, also? Analyse complete. B Mediziner, ja, aber... Oh, ich nicht. So, da war's geschaltet. Der Hitler wollte Snap uns mal, was ist denn ein Problem? K.P. 36! Selva! A.S.S.L.K. nicht mehr! Prijom! A.S.K.P. Analyse complete. A.S.K.P. 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 A.S.K. A.S.K.P. A.S.K., a.S.K.P. A.S.K.P. A.S.K.P., A.S.K.P. A.S.K.P. Was sind wir hier? Wir sind in die Regierungsgruppe. Das ist der KB. Verstanden? Wir sind in die Regierungsgruppe. Wir sind in die Schläge. Das ist der KB. Das ist der KB. Das ist der KB. Das ist der KB. Okay. Das ist auch gut, dass wir immer noch nicht so der E-Wag-Campfer sind, sag ich mal, ne? Das ist ja auch hier, das sind ja auch viele immer noch. Das ist ja auch hier. Das ist ja alles gut. Alles ist gut, das ist ja gut. Es ist nicht so, oder? KSB, KSB, das ist 2j1. Wir sind uns auf der Hölle! Wir haben noch größere Fertig. Wir brauchen ein Verkaufst. Wir müssen ein Verkaufst! Wir können uns nicht jemandem beschlossen. Sie können uns nicht auf die Hölle. Wir müssen uns mit uns, damit wir uns mit uns ab. Oh oh Okay, das ist nicht mehr dauernd, das ist nicht mehr dauernd. hat sich das ganze doch das war jetzt das war schon der frischschutz vielleicht kann ich mal mitnehmen, oder? ja, kann man sogar ein neues nein hm, kann man aufbrechen, ok ja, guck mal, hier sind wir noch, ist doch ein anderes nein hat sich ja gelohnt Haltpflänzchen das noch ein Plakat mitnehmen können zack das ist natürlich viel Kakaat haben wir denn hier hängen aber dann gibt es auch hier gut was zu sammeln soo äh äh der eine weil ich vielleicht schon mal rein konnte aber es soll mal rein können jetzt noch irgendwas schwierig nein puh, boah, das war jetzt anstrengend, ja ja ich hab echt für ein paar Momente gedacht, wir gehen drauf hier ist irgendwie nix na hier ist irgendwie nix ja wohl, ok dann halt nicht oh dann gehen wir uns mal schauen, oder? dann können wir ja nochmal schauen, ob wir dann noch was haben Der kommt der Weischtorps an, wo ist das alles? Zack, zwei die Hände noch. Die Sonne ist voll. Oh, warte doch. Zack. Die Lämmer haben wir über das Gehen. Wir haben auch noch wieder ein Passat. Wir finden uns alles Geld. Oh ja, passt doch schon. Und, zack. Oh ja, was tolles. Ein paar Metalle. Hm, Diamant habe ich doch gewusst. Ein großer sogar, ui. Nice. Das hat ich ja mal gelohnt. Sehr gut. Genug gekocht jetzt hier. Jetzt können wir mal hier rein, wie ich sagen. Noch ein bisschen in den Weg, wie schuld. Ich will nicht wissen, ob ich jetzt wirklich, ob ich viele gute Leute gekillt habe oder so. Ich weiß es nicht. Noch einen Moment. Okay. Die Extraction arrived at Mother Base. 130 Staudern. Mit ein paar Flänzchen. Okay. Das ist eine Höhlung. Da ist ein Diamant. Nehmen wir mit. Ein kleiner habe ich schon. Okay. Haben wir noch was? Warte, dass man hier alles findet. Das ist ja unglaublich. Warte, ich bin doch richtig Schwitscher. Boy. So, hier schon. Das ist noch ein Diamant. Gehen wir vorne mit. Was für ein kleiner? Aber egal. Lieber klein und klein als gar nichts. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Wie langt irgendwie vielleicht? Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Ich kann das halt schon ändern. Scheiße. Aber gut. Ich hätte jetzt wenigstens noch mal zeigen können, was ich mitnehmen kann, ne? Ah, hier ist sogar noch was. So ist ja. Also nicht ganz umsonst. So. Wo war der Eingang? Da ist der Eingang, glaube ich. Komm schon knapp. Da bleibt der hoch. Hier können wir runter gehen. Achso, hier war es schon. Ich habe schon gar noch die Armaten gesehen. Das hat auch noch ein paar Diamant. Da habe ich einen verworsten gehabt. So. Und die löscheln wir jetzt einfach mal ein bisschen. Dass die dann halt... Nicht einfach irgendwelche Löcher fallen am besten. Komm hier lang. Da ist noch ein Diamant. Was ist denn hier lang? Ist sowieso hier lang durchschraubend. So. So viele Diamanten. Ich warte eigentlich nur darauf, dass ich einfach auf eine Sprengvolle oder so treffe. Aber irgendwie gibt es die hier anscheinend nicht. ich weiß später im spiel vorlaufen kommen werden das ist das radio ich möchte sagen hier hier viel zu entdecken wir haben jetzt alles entdeckt wie scheint so die wandten sich schon mal keine ich denke ich bin der satt hier reingegangen aber egal scheine der waffe sehr sehr nah gekommen zu sein ich werde jetzt kommt aber ein fucking oder so wir müssen ich weiß noch was für mich ich weiß ich schon was passiert denn jetzt? ok ja meine Waffe ist anders Leute, das geht mit dem Handy ab ok, sind das Bienen etwa? das ist sehr merkwürdig oh nein, das ist Psycho Mädchen aber sie ignoriert uns aber wenn sie hier ist, ist der Feiertyp auch hier? was geht denn jetzt ab? ok 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 Die Skulls sind zu schnell. Wenn du eine Weapon hast. Boss, vielleicht ist es Zeit zu sehen. Was die Honey Bee kann machen? Jetzt sprechen wir. Das ist ein Metall. Sie gehören aber mir die Sachen. Ja. Okay. Das ist ein Metall. Sie gehören aber mir die Sachen. Das ist ein Metall. Zack. Zack. Meins. Alter Schwede. Äh. Ne, cool. Alter Schwede war das krass. Oh, diese Honey Bee ist schon ein geiles Teil hier schon. Ja, ich bin aber noch lange nicht da. Vielleicht bin wir jetzt brauchen. Oder? Ne, ich brauch noch 400 Meter. Ne, ich brauch noch 400 Meter. Ne, ich brauch noch 400 Meter. Oh man, Alter. Da sind wir an der Basis. Geil. Ficken wir euch jetzt einfach mal. Ficken wir euch jetzt einfach mal. Loll. Locker easy, Alter. Ey, wir sind ja gleich da. Puh. Boah. Das war ne Mission. Boah, Alter. Sie hätten's locker killen können, wenn er wollte. Geil. 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 Ja, Mission complete. Oh, gut. Ich hätte... Egal. Puh. Boah. 67... 67... 676.000 haben wir gemacht. Geil. Wollen wir minus. Minus für Entsendungen. Okay. Kosten für Unterstützung. Ja. Nice. Ja, das brauchen wir nicht. So, diese unit in der Mist. Their speed. The way they jump. It's not human. And those deformities. They attack the Soviets, too. And that Grim Reaper lookalike in charge of them. That giant thing that carried him off. What the hell are they? Cypher. What do they want? What's their objective? Why Afghanistan? Huh. There's one more thing troubling me. What happened to the Hamid? Exactly. Whole squads of hardened Mujahideen killed without a fight. And no trace of BC weaponry. What does it all mean? That's what we're here to find out. Yeah, right. If we really need to know, the truth will reveal itself. Even if it's ugly. Puh. Puh. Aber war schon cool. Belohnung. Afghanistan heute. Auf der Basis. Dobermon, okay. Boss. I'm creating a new intel team to support you in our areas of operation. Members of this team will head out into the field and conduct reconnaissance. Knowing the strength of an enemy force beforehand will help you carry out missions more smoothly. We may also learn something about the skull faced man. So boss, that brings me to assigning staff to the intel team. There might be guys already assigned to other teams who are more suited to the intel team. Go ahead and reassign them as you see fit. Okay. 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 We're doing a new light to become. The dog you brought back. They'll come a day when they'll be ready to join you on missions. But you know, he gets lonely easily. You should come visit him every once in a while. Get back to mother base. Alles klar. Hui. Boah. Das war jetzt echt nicht leicht. Darüber lebend rauszukommen. Das war jetzt echt nicht leicht. Darüber lebend rauszukommen. Oh süßer kleiner Dumpf. Oh süßer kleiner Dumpf. See that? Now that's discipline. The following orders like a real diamond dog. Soon I'll be... No. Stay. Stay. Oh wie niedlich. Oh wie niedlich. Wie niedlich. Well maybe not yet. But soon. 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 Oh wie sich knifig. Oh. 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 You complete. The more we can expand mother base. Oh ja klar. Schon klar. So. Dann kommt unser Helicopter weg. Und ich wollte sagen wir machen in der nächsten Folge wieder meine Freunde. heut rein. Tschau tschau.